aloha und eko mai herzlich willkommen zum neuen fortnight shop und ich zeige auch heute was neues in den shop hinein kommt vorher begrüßen wir erst die neuen kevin eine geburt hier zwar wird der neue kleine kevin geboren einer von den vielen habe ich das mal zusammengeschnitten falls es noch nicht live gesehen habt im spiel hier kommt gleich der neue kevin hin und da geht es gleich los 321 und hier wächst gleich der er will jawohl da ist er herzlich willkommen new kevin klein und vergesst nicht heute abend das live event um 20 uhr hier ein kurzer ausschnitt aber nur ganz kurz ihr wisst das ist der typ mohammed hamaki heute abend 20 uhr im kreativ modus so der shop ist auch da fast zumindest da ist der neue shop strotruppe paket halloween kommt näher man kann es deutlich spüren da schon das lied für das event für heute abend ich bin ja auch gleich aber vor habe ich das ja eben schon einmal kurz angespielt das war auch das lied von heute abend was er ja vorstellen will dann aber hier nice skins hier drunter ok dann haben wir ein neues spin paket von bandaritex gucken uns auch an drehen die musik auf das waren die skins wo das alles ein bisschen leuchtet ok auch als paket ja dann gucken uns das alles mal genauer an so dann gucken wir uns jetzt mal an leil mohr kann sie aussprechen ist ja von mohammed hamaki sind ägyptischer sänger und schauspieler eigentlich ziemlich nice gefällt mir gut so dann haben wir bunny moon bunny moon ist ein seltener skin und nach 335 tagen zurück gefällt mir gut wir haben den kürbiskämpfer wie gesagt halloween kommt immer näher der kürbiskämpfer ist ebenfalls nach 335 tagen zurück und dann haben wir ein neues paket stroh truppe paket da haben wir die stroh agentin nach 344 tagen zurück hier haben wir die vogelhütte als back blink auch ziemlich nice dann haben wir den heumann in der 344 tagen zurück der hat hier den das heunest als back blink auch nice dann gibt es dazu die axt feldschnitte auch 344 tage her genauso wie phantom des feldes der gleiter nices paket halloween macht spaß dann noch mal alles einzeln hier hier unten haben wir noch eine lackierung ja okay auch die lackierung ist nach 344 tagen zurück dann gehen wir die nächste zeile da haben wir lace nach 29 tagen zurück hier mit dem bären als back blink die hat dann noch einen weiteren stil ja noch 29 tagen zurück dann haben wir paradox ebenfalls nach 29 tagen zurück hier mit dem back blink es ist auch immer öfters im shop kennt man mittlerweile auch dann haben wir all sicht auch noch 29 tagen zurück dann habe equilibrium den gleiter der ist nach 29 tagen zurück und die rote ritterin nach 30 tagen hier mit dem schild als backlink haben wir die kamenzin hacke dazu auch nach einem monat zurück dann gehen wir die nächste zeile da haben wir die überlebenskünstler nach 39 tagen zurück nach 39 tagen zurück dann gibt es die beschlagene hacke aber mit sound nach 31 tagen zurück shanty vor das team nach 39 tagen zurück immer noch schön dann haben wir die tee pose nach 39 tagen zurück und dann haben wir hier das wenn der text paket so ich habe für euch mal geguckt wer ist denn wenn der text so und hab dann gefunden wenn der madkali ist besser bekannt als wenn der text ist in saudi arabien gaming youtuber und hat über zehn millionen follower unser auf seinem kanal ja und er streamt auch bei twitch so ich habe hier noch ein bisschen von seinem letzten youtube video von fortnight mit angehängt da könnt ihr mal gucken hier preis da sein sein paket an was da jetzt kommt oder viel mal heute gekommen ist ja habe ich euch kurz aber vorgestellt damit ihr wisst von wem das paket denn ist ich kannte ihn vorher nicht woher auch und jetzt gucken uns mal sein paket an einmal mit pizza pygerma nach 92 tagen zurück hat er den käse hinten drauf ich glaube der käse ist hat auch verschiedene stile noch ja noch mal so normaler käse vergolter käse dann haben wir dazu die den brädlings klatscher nach 64 tagen zurück und den gleiter fliegende untertasse hier mit senf und ketchup nach 64 tagen zurück und das emote rage kriegt jeder schmeißt sein controller in die ecke nach 39 tagen zurück die alles noch mal einzeln dann gibt es hier dreh die musik auf pakete das sind die skins mit den mit die auf musik reagieren hier mit farbe und so weiter ziemlich nice da verschiedene hier kann man noch mal den stil zeigen oder dunkel dann kann man hier farben ändern die schuhe rot und neon farben grün blau weiß pink passen zu den haaren und dann kann das auch in weiß machen dann hat man das weiß dazu das soll das mal gewesen sein geben aber gerade die skins durch ihr backstage pass pop newcomerin amplitude dann aber die herren holfred syncopator high hat sind die striker dämpfer und dann gibt es noch dass die mode licht an passend für heute abend licht an ist nach nach 26 tagen zurück und hier die umarmung nach ebenfalls 26 tagen war ja damals verpackt jetzt funktioniert es aber hier noch mal die beiden als paket dann haben wir noch wenn und die pakete ja und heute kommt auch das fortnight crew paket raus müsste ich noch ausgeliefert werden mal gucken gleich ob es noch da kommt guck mal hier an da haben nämlich heute ursprung des chaos mit back blink mit den mutagen kolben und da ist die lackierung und das gibt wenn man alle drei crew pakete hat zum schluss also wenn man es als hat gibt es noch eine überraschung steht hier schaltet jeden monat in dem du mitglied bist eine stufe des rücken accessoires oder der spitzhacke frei bis zu sechs stufen und wenn man alle drei skins zum schluss hat dann gibt es für jeden skin noch einen weiteren stil ist ja auch echt nice ein dann ja Ja, Leute, und da ist auch schon Ursprung des Kais noch ausgeliefert. Nice ausgehen, sehr schön. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Habe ich da irgendwas Besonderes? Nee, kann man gleich mal nehmen. So, da sehen wir dann auch schon. Nice. Und das war's mit dem Shop für heute. Mahalo, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam.